So, ich danke Ihnen schön für Ihre Begleitung. Hier bin ich zu Hause. Sie werden mich heute Abend noch in Ihr Haus bitten. Ich werde nicht. Verlassen Sie sich dort. Na, bin ich ein guter Prophet? Jetzt müssen Sie mich schon mit in den Keller nehmen. Heute kommen die blauen Musaren. Juchtei und die Mädchen sind da letztendlich. Manche Gefahren sind. Was, wenn Sie denn ein? Sie haben Sie zum Teil und stellen Sie die Probe nicht. Also, nur mal mit der Ruhe, ja? Sagen Sie mal, Sie da. Ja, hallo Käthe, Sie Süßige mit der Ziege. Wie geht es denn die ganze Zeit? Ach, der Herr Oberleuter. Was macht das Herbst? Was macht die Liebe? Das ist ja nun gerade zu und jammer. Wieso ist was passiert? Nee, aber die kleine Frau ist nicht da. Die hat ihn doch geschrieben. Haben Sie ihn denn nicht mehr bekommen? Ich weiß, es wird einmal ein Wunder schenken. Und dann werden tausend mehr Töten wahr. Nee, die Frau, das muss ein Irrtum sein. Also, das ist ganz bestimmt ein Irrtum. Wieso ein Irrtum? Ja, der meint nämlich mich. Dich? Der hat Ihnen den Kaffee nur geschenkt, um Sie zu bestechen. Damit Sie in Aure zudrücken, wenn er mal so ein bisschen... Ach, scho... Ich habe eine Bitte an Sie. Ja? Lassen Sie Herrn einen Augenblick Zeit, sich zu beruhigen. Ich weiß nicht, wie Sie dazu kommen, sich in diese Angelegenheit zu mischen. Das... Das will ich Ihnen sagen. Ich liebe diese Frau. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Oh, Hanna, du kannst doch die Mieten... Du musst ganz ruhig sein, wir können morgen weiter probieren. Was ist denn geschehen? Der Pferd heute Nacht wieder weg. Warum denn? Freiwillig, ohne Befehl. Lieben wir die Wiede und mein ganzes Glück ist lieben, jawohl. Ich kann so weit nicht lassen, dies muss nun mal so sein. Mein Herz wie mein Herz ist nicht bereit. Und nicht ohne Liebe, nein. Die Sankt es gar nicht geben, oh nein. Und hält man mich auf, der Narre ist schon toll. Mein Leben für die Liebe. Mein Leben für die Liebe. Joll!